Hi ihr Lieben, heute erzähle ich euch was zum Thema Schatzsuche in Solo. Und nein, es geht nicht um die Schätze, die ihr hier oben im Kompass seht. Das sind Schätze, die ihr in jedem Gebiet immer und zu jeder Zeit finden könnt. Es geht um die Geschichtsbücher der Ahnen. Die könnt ihr mit Z-Steuerung, Z-Entschuldigung, öffnen und erhaltet dann hier verschiedene Tabs. Einmal die Naturkundeakademie. Und bei der Naturkundeakademie geht es darum, Schätze zu suchen mit Schatzkarten, die ihr vom Rufhändler erhaltet oder durch Quests. Und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Vorweg, wenn ihr sagt, ihr geht aktiv auf Schatzsuche, ab jetzt, dann empfehle ich euch, den Glücksstern zu aktivieren. Das ist eine passive Fähigkeit, die ihr aktivieren könnt oder ein Buff nennt es, wie ihr wollt. Der sorgt dafür, dass immer, wenn ihr eine Schatzkarte bekommt, für sechs Stufen lang, also sechs Mal, wird dieser Schatz in eurem aktuellen Gebiet spawnen. Aktuell ist es so, dass wenn ihr eine Schatzkarte besorgt und wie das funktioniert, zeige ich euch, wie gesagt, noch im Laufe des Videos, dass dieser Schatz irgendwo auf der Welt erscheint. Tatsächlich bekommt ihr mit diesem Buff die Garantie, dass er zum Beispiel, wie bei mir jetzt, wenn ich eine Schatzkarte kaufen würde, in Wolkenstieg erscheint. Finde ich ganz cool. Sorgt dafür, dass ihr nicht so viel laufen müsst und euch mehr mit dem Thema beschäftigen könnt. Aber jetzt zum Rufhändler und wie ihr überhaupt dazu kommt, Schatzkarten freizuschalten. Den Rufhändler für die Schatzkarten und für die Naturakademie im Gesamten findet ihr in Wolkenstieg im Langohan-Pavillon. Das heißt, ihr lauft nach Norden zum Palast und dann einmal nach Westen. Hier ist der Pavillon und auf der Map ist der Rufhändler auch gekennzeichnet. Ich sage dazu immer, das sieht aus wie so kleine Türmchen. Das sind in der Regel Rufhändler, diese Symbole. Und unser Naturkunde-Akademie-Rufhändler ist hier drüben. Ich stehe direkt vor ihm und ich könnte ihn jetzt ansprechen, aber bevor ich überhaupt irgendwas in der Schatzsuche mache, muss ich sie ja freischalten. Und das kann ich auf meiner Kultivierung. Die findet ihr auf J. Hier seht ihr eure Kultivierungsübersicht. Normalerweise startet ihr auf dieser Seite. Und wenn ihr auf den Tab Freizeit ohne Spaß klickt, werdet ihr die Schatzkarte finden. Das ist eine Kultivierung. Kultivierung bedeutet in diesem Spiel im Grunde genommen Tutorial. Denn wenn ihr alle Kultivierungen abgeschlossen habt, dann habt ihr alle möglichen Inhalte hinter den Kultivierungen freigeschaltet. Durch diese Kultivierungsquest allein erhalten wir 5 von diesen lila Gutscheinen und 50 von den Wertmarken für den Rufhändler. Also diese kostbare Schatzkarte, so nennt sich dieses epische Item, ist etwas, was wir eintauschen können gegen richtige Schatzkarten beim Rufhändler. Und die Münzen, die sogenannten Wissensmünzen, die gehören eben auch dazu. Wie ihr überprüfen könnt, wie viele Münzen ihr davon habt, zeige ich euch jetzt. Hierfür müsst ihr euer Inventar mit B aufrufen. Dort könnt ihr auf die Währung klicken. Das ist der zweite Tab. Und hier findet ihr unterschiedliche Währungen und was ihr damit anfangen könnt. Das ist eine unglaublich nützliche Seite. Denn wenn ihr gerade nicht wisst, wofür diese Währung ist, die ihr eben bekommen habt, könnt ihr hier nachschauen. Ich habe 4 Wissensmünzen, weil ich schon Karten gekauft habe. Und wenn ich darüber hover, dann wird mir gesagt, dass die beim Rufhändler der Naturakademie eingetauscht werden kann. Also Naturkundeakademie. Sorry, also die Namen sind wirklich lang und ich kann das nicht immer richtig aussprechen. Zurück zur Schatzsuche. Habt ihr die Kultivierungsquest für die Schatzkarte aktiviert, dann werdet ihr ins Origami-Reich geschickt. Falls ihr das Origami-Reich nicht auf eurer Shortcut-Leiste habt, so wie ich hier unten, dann zeige ich euch, wie das geht. Ihr könnt einmal auf K, um eure Skills zu sehen und dort gibt es einen Tab, der nennt sich Allgemein. In Allgemein findet ihr die verschiedensten Spells, die nicht unbedingt was mit Kampf zu tun haben immer, aber eben mit Reisen und Meditation und verschiedenen Kontexten, die ihr fürs Spiel braucht. Hier findet ihr das Origami-Reich. Das Origami-Reich könnt ihr dann in die Shortcut-Leiste ziehen, wenn ihr wollt. Denn auch für Dailies könnt ihr da täglich rein. Ich hab das da einfach, weil ich es sinnvoll finde. Ihr reist ins Origami-Reich und dann geht die Quest weiter. Dort angekommen, macht ihr es wie so oft und lasst euch einfach von der Quest leiten. Die wird euch schon sagen, wo ihr hin müsst. In meinem Fall muss ich zu Wangsianzid und mir die Quest abholen, beziehungsweise die Quest-Belohnung abholen. Wir sehen mal, was weiter passiert. Nun hab ich Schatzkarte Stufe 1 freigeschalten. Und wie es so ist mit den Quests in diesem Spiel, gibt es eben mehrere Stufen. Meistens, wenn ihr Inhalte freischalten wollt. Deshalb geht es hier jetzt so ein bisschen weiter. Ich quatsche ihn voll. Und erhalte direkt schon mal 250 Silber, was ich großartig finde. Und eine mysteriöse Schatzkarte. Das ist eine der Karten, die ich eben gemeint habe. Und die können wir uns beim Rufhändler kaufen. Aber erst, wenn wir hier alles durchgemacht haben, zeige ich euch, wie ihr konkret an die Karten kommt. Wenn ihr weiterkommt, wird euch gesagt, dass ihr euch auf einer Drachenstern-Formation platzieren müsst. Denn nur dort könnt ihr mit STRG Z diesen Schatzkompass, den ihr gerade seht oder nicht seht, weil der Prompt davor ist, aktivieren. Dann müsst ihr nur auf den Schatzkompass links klicken und er aktiviert sich von ganz alleine. Wenn ihr dann die Map öffnet, durch den Kompass öffnet sie sich automatisch und auf den Tab Schatzkarte oben klickt. Dann bekommt ihr hier so ein kleines Minispiel, bei dem ihr einen Ausschnitt des Bildes rüberziehen müsst und anpassen auf eure aktuelle Map. Ihr könnt euren Kartenanteil schrumpfen und vergrößern mit dem Scrollrad und dann müsst ihr lediglich versuchen, das hier drauf zu ziehen. Dann könnt ihr es mit links klicken platzieren. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich einfach unruhige Hände habe gerade. Und euch wird das Gebiet des Schatzes angezeigt. Wenn ihr euch dann auf den Weg zu dem Schatz macht, in das entsprechende Gebiet, dann habt ihr oben im Kompass diesen Schatz. Den wollt ihr suchen. In diesem Fall ist das hier eines der Geschenke. Jetzt gucken wir mal. Oh ja, versteckter Schatz. Das ist hier das Übungstutorial, wie es mit der ganzen Kultivierung ist. So funktioniert es aber im Spiel auch und gleich mehr dazu. Nach der Origami Quest erhalten wir, wenn wir unsere Kultivierung einlösen, 5 mysteriöse Schatzkarten und 50 Wissensmünzen. Ich zeige euch, wofür wir das brauchen. Wir machen uns direkt wieder auf zum Händler, zum Rufhändler der Naturkunde Akademie. Und wir sehen im Menü, einerseits habe ich jetzt 6 kostbare Schatzkarten. Das liegt daran, dass ich eben noch eine übrig hatte. Und ich habe, wenn ich auf meine Währung klicke, 54 Wissensmünzen. Eben hatte ich weniger. Ich kann jetzt mit diesen lila kostbaren Schatzkarten, episch an der Stelle, müssen wir aufpassen, kann ich diese mysteriöse Schatzkarte in Stufe kostbar kaufen. Und zwar brauche ich dafür eine kostbare Schatzkarte, wovon ich 6 habe. Und ich brauche 10 Wissensmünzen, wovon ich gerade 54 habe. Das heißt, ich könnte in der Theorie 5 von diesen Karten jetzt gerade kaufen. Ihr könnt mysteriöse Karten der Stufe gut, also grün, immer kaufen. Aber Vorsicht, der Bonus, den ihr durch den Glücksstern erhaltet, den ihr mit STRG Z findet, funktioniert nicht für mysteriöse Schatzkarte gut, sondern nur für exzellente, für kostbare oder für einzigartige. Diese spawnen in eurem Gebiet, wenn ihr den Buff aktiv habt. Die Mysteriösen müssen dann nicht hier spawnen. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht, wenn ihr solche Schatzkarten gekauft habt. Ich habe jetzt gerade mysteriöse Schatzkarten in Gut im Inventar. Die seht ihr hier nicht, sondern woanders. Und noch ein paar hiervon. Das Tolle an Solo ist, das verstehen manche noch nicht so ganz, dieses Spiel ist unglaublich komplex, aber es führt euch sehr, sehr gut durch die einzelnen Geschichten. Es ist im Prinzip alles aufgebaut wie ein großes Tutorial. Denn was wir jetzt tun, ist genau das, was wir eben im Origami-Reich gemacht haben. Ich suche mir die nächstgelegene Drachenstern-Formation, stelle mich darauf, aktiviere mit M die Karte und habe hier, normalerweise sieht das so aus, meine Schatzkarten schon ausgewählt. Was ich jetzt tun kann, ist, ich kann, wenn ich auf der Drachenstern-Formation bin, den Kompass aktivieren und die Suche geht los. Wenn der Schatzkompass kanalisiert hat, das dauert 25 Sekunden, dann könnt ihr wieder eure Karte öffnen, auf den Schatzkarten-Tab und das Minispiel spielen, bei dem ihr die Kartenteile rüberzieht, auf die Map, um es passend zu machen. Daraufhin wird euch das Quest-Gebiet angezeigt, in dem ihr den Schatz suchen könnt. Wir sind glücklicherweise gerade da, ich habe hier auf der Drachenstern-Formation aktiviert und bin direkt im Schatzgebiet. Auf, auf die Suche! Und wenn ihr im Gebiet angelangt seid, wird euch schon mit einem Quest-Marker gezeigt, wo der Schatz ist. Der tricky Part ist tatsächlich, diese Teile zu finden. Ein Tipp hier ist, wenn ihr nicht offensichtlich irgendwas seht, was ein Schatz sein könnte, scrollt ein bisschen ran und hier sehen wir unsere Kiste, unsere Schatzkarte und schauen einfach mal, was drin ist, indem wir rechts klicken. Ich muss dafür im Moment ein bisschen öfter rechts klicken als einmal, ich weiß nicht warum, aber das ist wohl einfach mein Thema. Wir bekommen ein Jasmin-Fragment und wir bekommen ein Bildlexikon feuriger Meteor. So funktioniert die Schatzsuche in Solo. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abo wahnsinnig freuen und vielleicht habt ihr noch einen Daumen nach oben übrig für dieses Video. Algorithmus und so, ihr kennt es. Interaktionen, führt dazu, dass das Video angezeigt wird und so bla 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 bla. Vielen lieben Dank, haut rein! Vielen lieben Dank, haut rein! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.